Minijobs sind praktisch für alle, die ihr Portemonnaie ein wenig aufpolstern wollen. Im Gegensatz zu einer Vollzeitstelle sind Minijobs nämlich nicht steuerpflichtig. Aber ist man bei einem Minijob auch krankenversichert? Die Antwort lautet Nein. Wenn du einer geringfügigen Beschäftigung nachgehst, bist du nicht krankenversichert. Du musst dich also anderwertig krankenversichern. StudentInnen haben in aller Regel eine studentische Krankenversicherung. RentnerInnen sind in der Krankenversicherung der Rentner. ArbeitnehmerInnen und Familienversicherte sind ebenfalls krankenversichert. Hast du zum Beispiel bereits eine Voll- oder Teilzeitstelle, wirst du als ArbeitnehmerIn automatisch über deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin versichert. Du kannst dich aber auch freiwillig, gesetzlich oder privat versichern lassen.